Leute, zur Abwechslung, das erste Mal mit Politik. Sehr schön. Edmund Stoiber, der soll jetzt in der Europäischen Union in Brüssel einen Job übernehmen. Richtig. Kirstin, leg mal das Einspielband rein von der Geschichte, Stoiber fährt im Taxi nach Brüssel. Das ist so geil. Gucken wir es nochmal an. Ja, wohin soll es gehen? Wenn Sie vom Hauptbahnhof in München, 10 Minuten, wenn Sie vom Hauptbahnhof starten, Sie steigen in den Hauptbahnhof ein. Sie fahren in 10 Minuten an den Flughafen Französisch aus und starten Sie praktisch hier am Hauptbahnhof in München. Das bedeutet natürlich, dass der Hauptbahnhof im Grunde genommen näher an Bayern, an die ganze Strecke, heranträgt. Weil das wäre klar, ich kann auf dem Hauptbahnhof viele Linien aus Bayern zusammenlaufen. So, Stoiber, jetzt reicht's. Lass. Ja, Wahnsinn. Ja, Wahnsinn. Super. Ja, Wahnsinn. Ja, Wahnsinn.